ich habe gerade den ball berührt jetzt habe ich bock auf diablo das kann doch nicht wahr sein alter ja das ist scheiße ja weil gestern letztens im live stream hier diablo 3 gezeigt wurde also den hier dosen stream was ich damit meine prox stream glaube ich würde also sein tv channel genau den habe ich jetzt die ganze zeit an seitdem habe ich wieder bock auf diablo gekriegt mehr als nervig alter das war aber ich habe gar nicht mitbekommen was passiert ist scheiße welche richtung müssen wir was ist denn alter ich mache hier ein nasen dance alle machen den nasen dance alter das ist mir kribbelt gerade im arschloch weiter das kann doch nicht wahr sein ich rede von diablo zack alter ich will diablo spielen was denn alter brauchst mich gleich was hast du alter was haben die alle gegen mich ich stehe es auf einmal mitten im wege alter mann nö hä den da reingemacht unser kollege und zwar richtig und zwar richtig gezielt guck dir das mal an ja was alter alle fast gleichzeitig ich habe wieder den als erstes gekriegt niemand weiß warum ehrlich ich weiß selber nicht warum sagt er tatsächlich ich weiß es auch nicht ich versuche ja auch schon die ganze zeit die oder das war gut dass ich den turbo gegeben haben ich kriege Oh mein Gott, Alter! NENN! Warum machst du das nicht? Ich war so falsch, du! Jetzt haben wir den nächsten Hohn so einen der da hinten gemacht oder? JAAA! Das darf man nicht machen! Das war doch auch Absicht! NENNENN! Also, was ist das denn, Alter? Also, die Pech hat mir doch nie! Voll wie sauer! Du hast vor allem, ich krieg ihn, ich krieg ihn! Schade, da ist einer. Ja, der wäre nicht reingegangen. Ne? Okay, aus meinem Blick wäre der nicht reingegangen, deswegen. Ich liebe die Faust Gottes, auch wenn das meistens sinnlos ist, was ich da draus mache. Oh, Alter, was ist der denn runtergekommen? Oh, das ist so unfair. Was war denn das, Alter? Der kam richtig eklig. Wie wir beide so runtertropfen. Schade, das war wieder sehr gut. Aber den hast du wieder als erstes gekriegt, verstehe ich auch nicht, weil für mich sahst du aus, als wenn ich diesmal erster wäre. Ich bin diesmal später gesprochen. Aber komisch, ey. Eigentlich um dich nach oben zu katapultieren. Boah, Alter. Uaaaaaah. Boah. Ist gut, die Faust, ne? Ja, ja. Scheiße. Alter, wir wollen noch so viel Kohle ausgeben, gerade auch bei Origin, ey, weil Laura möchte... Oh, was? Wie heißt das jetzt hier für Sims 4 Vampire haben. Ach, gibt's wieder was weiß? Ne, Vampire gibt's schon länger. Aber jetzt gibt es ähm... Mit Tieren. Ja. Mit Hund und Hunde und Katzen. Und das ist gerade mein Gebot für 28 anstatt 40. Oh, okay. Und das werden wir uns holen. Ah, wenn ich nicht so ein scheiß Lenkrad haben will. Und Figur. Tja. Ja, das wollen wir uns... Also irgendwie dieses... Mit Tieren wollen wir auf jeden Fall holen, ey. Weil Laura liebt Tiere und sie spielt diese Spiele sehr gerne. Sie kann immer nur so wenig an meinem Rechner spielen, weil ich dran bin. Deswegen... Boah. Schade, war gut gezielt. Echt anstrengend. Dieses Tiere will ich auch haben, weil eigentlich spiele ich ja ganz gerne Sims. Ja, das Tiere... Das Tier dieses hier war ja auf einem Sims 3 ja schon sehr gut. Och, Mann, ey. Warum zieht der den nicht ran? Ja, deswegen würde ich mal gucken, wie das ist für... Ne, wir wollen es auf jeden Fall haben, sagen wir es so. Ganz einfach. Nein! Da muss... Klatsch. Wir müssen siegen. Und nicht dumm rumfliegen. Alter. Dumm rumfliegen. Ja, toll. Was macht ihr da? What the fuck? Alter. Musste ich den rausholen, weil ihr den da fast reingewacht habt. Zwei blaue mit so'n scheiß Wirbelsturm. Boah. Boah, schön. Nicht schön. Boah, Alter. Boah, Alter. Boah, ups. Alter, das sah aus, als wenn ihr in meinem Auge explodiert worden seid. Alter, so nah war das. Boah, boah, boah. Ja, echt heftig. Mein rechtes Auge war eine komplette Explosion. So nochmal so. Alter, Spiel. Hüftig. Aber wenigstens geht es mir auch so, dass ich wäre seit hier. Oh. Ähm, oder geht es dir genauso wie mir, dass du auch wäre seit hier Diablo am liebsten spielen würdest, ey. Ich bin nicht der Einzige, ey. Schade. Aua. Bats doch. Hammer, ähm. Ball rein. Ey, der hat auch Wasser hinten dran. Ist mir echt komisch, ne? Man hört Diablo 3, zack, wenn man Diablo 3 spielt. Ja, ja, echt krass. Boah, wie lange war ich bei Blizzard nicht mal online, ne? Wir machen bestimmt erst mal 7000 Updates, ey. Ich glaube, da gucke ich gleich mal. Na doch, Launcher-Ey, Launcher-Updates und so. Und wie erst mal ich hier habe ich auch lange nicht geupdachtet. Und direkt neu erladen. Vielleicht ist es ja sogar im Angebot, weil wir regelmäßig einen Wintercell haben oder so. Oh, ich gucke gleich mal. Ich glaube nicht. Ich habe letztes Jahr reingeguckt. Ja? Oh, Alter. Passt du gut. Ich habe wieder einen Pelz, ey. Oh, Alter. Sorry. Oh, scheiße! Was für ein, was für Klauer. Meins. Meins. Hätte nur noch gefiel, wenn ich jetzt auch noch so plüpp gemacht hätte. Ja. Es ist selten, dass man mit Stacheln jemanden den Ball klaut. Und dann gleich zweimal. Und dann gleich zweimal, genau. Oh, Alter. Boah, nice, Alter. Heftig. Ernsthaft? Oh, oh. Alter. Scheiße. Ich habe schon wieder jemanden nach oben geschleudert. Boah, was so... Boah, was so... Alter. Habe ich den mit dem Schuh weggekickt und der hat mir gesagt... Boah. Alter, nice. Ich glaube, irgendjemand... Boah, Alter, was hat der gemacht? Häftig. Boah. Boah. Nices Teil. Was für Action. Boah. Ja, wenn er den nicht kriegt, nice, nice. Weil er sich erst den Hunderter holen musste. Alter, was für ein Behind-D. Nein, wenn du da bist, dann bist du da. Nein, nein. Guck mal, er ist ganz gemütlich. Ja, lala. Alter. Was für ein Behind-D. Ah. Oh. Schade. Wenigstens ein Torschuss. Oh, Alter, was? Oh, Gott. Oh, Gott. Alter, Späne. Oh, der ist fast reingegangen. Oh. Abu Dhabi. Oh, Alter, das ist so fies. Weiter. Nein. Oh. Boah, Alter. Alter, ich hab mich runtergezogen. Alter. Nein, jetzt wurde ich auch getauscht. Zeitspiel. Treffen sich zwei mit Faustgottes oben in der Luft, Alter. Das geht nicht gut aus. Oh, schade. Daneben gestogen. Oh, was? Scheiße. Das hab ich schlecht gemacht. Ich hätte einfach einen ganz normalen Doppelsprung machen müssen. Ups. Ja, mir jemanden mit Stacheln abzuwehren, ist auch echt schweigeschwer. Ja, ist schwer. Deswegen sind die Stacheln echt ziemlich heftig. Wenn man sie einmal hat, ey, dann... Und du dann auch noch Glück hast, dass niemand anderes irgendwas gegen dich hat, ey, dann bist du unbesiegbar. Ja, fast unbesiegbar. Alter, hört doch mal auf, wie zu eklodieren dann. Boah. Ne, schade. Was war das denn? Platsch. Alter, man macht voll die Matschgeräusche, wenn man landet. Oh, was? Ey, ich sag doch, Alter. Du hast auch immer so ein Pech. Ey, ich sag ja, Alter, die Dinger gehen einfach nicht rein, ey. Und das war schon an der Innenkante, weißt du das eigentlich? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ich stachel den Hund. Vielleicht, wenn ich ihn kriege. Und ich hab die Forst Gottes. Alter, der zieht das durch ohne Togo, hast du das gesehen? Ah. Nein. Oh, sag mal. Jetzt. Sehr schön. Ja, sehr schön. Alter. Alter, wie geil war das denn? Boah. Obwohl du den Scheißen gekriegt hast. Boah. Ich hab nicht mal Turbo gehabt. Machst du? Ja. Geil. Tier, Alter, Tier. Das war mit Krampf reingeprügelt, Alter. Ich muss mal den Wolf mal wieder loswerden. Ich hab nicht so lange schon. Was? Oh, Alter. Achso, ja. Achso, ja. Ja, ja. Oh, Alter. Kommst du da aus der Ecke? Ja, ja. Oh, Alter. Den liebe ich Turbo. Ah. Alter, aua. Da, dafür hat er mich zerstört, der den Turbo gegeben hat. Da ist ne Mücke. Nice geworden. Voll ne Mocke. Ne Mocke. Schickenmöcke. Mit Sahne. Und Chicken Muggs. Chicken Muggs hab ich vorgegessen. Ne, du hast bestimmt nur Chicken Muggs gegessen. Oh. Ja, gut. Ja, ja. Ich nenn die immer Chicken Muggs. Naaaaaagguts. Alter, schade. Da war ich genau wie er ist jetzt hier. Leider. Schon ein Zentimeter zu weiter. Ah, schade. Den, 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 den. Randa! Was Miranda denn, sie will ja. Alter. Alter. Nein. Nein. Kevin! Das sah so wenig nach Skisky aus. Boah! Oh shit! Boah! 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 Danke! Für den Tor! Boah Alter, was war das denn? In die Mitte! Achso, oder so. In die Mitte! Boom! Ich habe auch nichts gesagt gehabt. Was? Er verlässt das Spiel? Unser Teamkollegen? Ja. Was ist denn los mit dem? Alter, sie hat ein Tor gemacht, ich wollte das Tor machen. Äh, finde ich voll fies. Ehrlich? Heftig. Er kann auch halt, äh, Ende der Probleme sagen. Vorbei bei mir, dass der Spieler sehr selten abschmiert. Finde ich gut. Das ist eins der, wie heißt das, am seltensten abstürzenden Spiele, die es gibt. Ja. Die Server laufen so unfassbar stabil. Ja gut, es ist die Server nicht, aber das Spiel. Ich habe auch Stacheln. Stacheln. Doch, die Server laufen ultra-stabil. Ja, gut. Ja, im Schritt ja. Ne, Nitro-Kiste. Okay. Och, Mann. Mal schauen. Ja, Nitro, das ist nicht die neue, das ist eine viel ältere. Oh, du hast wieder eine Kiste. Jetzt fange ich so an wie du. Ich komme mal gleich wieder. Was ist denn in Nitro drin? Ach, der Mantis. Ja. Den kriegst du. Ne. Doch. Weißt du, was ich krieg, Alter? Irgendein bestimmt beschissener Scheiß, wie heißt der Sticker wieder, Alter. Achtsin, 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 achtsin. Du kriegst ein Höschen. Was, ich krieg ein Möschen? Du kriegst ein Höschen. Für einen Takumi Vektor. Habe ich schon. Wetten? Ne, ich glaube nicht. Doch. Animierter Kleber. Vektor? Vektor, das habe ich. Ne, Vektor habe ich auch. Echt? Da bin ich mir ziemlich sicher. Ne, ne, das habe ich. Ich guck mal. So, Takumi. Da. Vektor, das habe nur ich. Bin ich zumindest der Meinung. Ne, das hatte ich doch schon. Ne. Ne. Ach, das habe ich getauscht? Ne. Das hier ist das. Warte, warte, warte. Ja, ja, das habe ich. Das ist ja das geile. Das ist ja die geile Lackierung. Das habe ich. Wenn ich das noch nicht habe, ist das ja ganz geil. Ja, das ist richtig geil, weil das ist eine richtig geile Lackierung. Cool, Alter. Habe ich die vielleicht für den anderen? Ne. Du hast vielleicht eine andere Lackierung, die vielleicht so ähnlich ist vielleicht. Ist ja nice, Alter. Okay. Die hattest du auf jeden Fall nicht. Das ist doch gut. Ja, das ist okay. Willst du den nehmen? Ja, irgendwie hätte ich Lust den mal wieder zu nehmen. Wollen wir mal hier wieder... Ach. Boah, die Felgen sehen auch geil aus dazu. So. Was nehmen wir? Was wollen wir für eine Hauptfarbe nehmen? Boah, Alter. Lila sieht ja mal geil aus. Oben rechts das Lila. Hohohohoho. Ach du Scheiße. Oben rechts das Lila. Oh ja. Oben rechts das Lila sieht krank aus. Mit vielleicht grün. Mit leuchtend grün. Warte. Geht hier gar nicht so richtig. Es ist zu hell. Boah. Boah. Alter, das Lila sieht krank aus. Wie ist das eine geile Lackierung? Was für ein Lila meinst du jetzt? Das Lila oben rechts. Ganz oben rechts das Lila. Das sieht doch krank aus, oder? Das sieht eher so blau leuch aus. Ja, ja, das sieht gut aus. So, und was wollen wir dazu machen für eine Farbe? Hm. Rot ist krank. Weil da alles heller aussieht. Rot ist krank. Echt? Rot finde ich... Aber was gibt es denn noch? Hm. Oder Türkis. Türkis sieht auch nicht schlecht aus. Welches Türkis denn? Das mittige Türkis? Äh, genau in der Mitte. Äh, das Blau-Türkis oder das Grün-Türkis? Äh, das Blau... Grün-Türkis. Das Blaulichere, ne? Ja, es gibt ja ein grünlicheres und ein bläulicheres Türkis. So, haben wir jetzt das gleiche. Müsste. Ja, sieht fett am. Na, oder? Äh, ja doch. Ist das gleiche. Ja, gut. So. Was wollen wir rot machen? Hm. Hm. Da würde ich sagen orange. Dieses genau neben rot links? Oder welches? Oh, das sieht auch geil aus. Welches? Ich hab eigentlich eher so das, ähm, das, äh... Hellere? Das dritte orange genommen. Du meinst von rechts das dritte, ne? Hm. Aber alle orange Teile... Ja, 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 ja. Also von rechts. Ja, das mein ich auch. Nee, nee, von links mein ich. Aber von rechts sieht auch gleich aus. Von links das dritte? Wollen wir das ganz helle, oder was? Das sieht alles so geil aus. Ey, das ist... Wir haben nicht das gleiche, oder? Aber du hast schwarz als zweites, ne? Ja, genau. Weil das macht ja auch Farbe, deswegen. Ja, genau. So, haben wir das gleiche? Oder? Nee, oder? Ja, ja, das ist das gleiche. Ja? Ja. Hört so viel anders aus. Nö, finde ich nicht. Und wir können auch das, äh, andere orange nehmen. Das sieht auch echt geil aus. Ja, das dritte von rechts, sozusagen. Ja. Ne? Pink, rot und dann kommt orange ganz oben. Das sieht nämlich kräftiger. Ja. Das finde ich irgendwie einen Ticken geiler, weil kräftiger... Boah, Alter, und der mit pink dazu? Ach du Scheiße, Alter. Ach du Elid. Welchen? Äh, ich hab diesen... Warte mal... Diesen... Pinkton in der Mitte von rechts das zweite. Das sieht irgendwie krank aus. Von rechts, also in der Mitte von rechts das zweite. Das kommt kaum zur Geltung irgendwie. Ja, aber irgendwie... Naja, warte mal, was gibt's denn noch? Rot macht das Auto wieder zu dunkel. Ja, das stimmt. Das Gelb, da wirkt dieses, ähm, diese Animation nicht so richtig. Ne, nicht mal annähen. Deswegen. Schwarz sieht, äh, schwarz sieht, äh, blau. Ja, blau, das sieht auch gut aus. Dieses dunkle Blau in der Mitte, sozusagen, ne? Also das mittige Blau. Das genau in der Mitte blau. Ja. Hat was, macht aber das Auto auch lila, finde ich. Ja. Mal gucken, ob wir's gleich hier haben. Ja. Ja, sieht gleich aus. Oh, Alter, die Lackierung ist echt krank. Ja. Ja. Da hast du mal wieder was Gutes gekriegt. Ja, ausnahmsweise, was? Und ne alte Kiste, eher was für Felgen, weil wir haben leider keine zusammen. Äh. Äh. Äh, doch, wir haben noch welche zusammen, aber diese... Vor, äh, Septem passen nicht dazu, eben. Septem? Septem? Ne, das passt, doch, das passt zu Blau. Septem? Ja. Achja, die. Die passen zu dem lila Ding, weil das, ähm, fast die gleiche Frau ist. Die Farbe ist, die da rüberschimmerte. Stimmt, ja. Okay, und für Orange, was sind wir da? Die schaffte Blau. Orange. Hm. Ah, wir haben... Ah, die passen aber nicht. Die Zomba? Wir haben ja noch die Saptach Rishi. Hätten wir ja auch noch. Mit S? Ja, ja. Diese, ähm... Ach, die. Ja, aber die passen leider nicht, ey. Ne, ne. Die würden höchstens zu dem Blauen passen. Ne, die passen nicht dazu. Ne, die passen nicht dazu. Ne, die passen nicht dazu. Rot. Hm. Pfefferminz hast du nicht, ne? Ne. Hm. Triplex hast du auch nicht. Passt auch nicht. Ne. 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 Du hast die nicht. Ach, die waren in der Kiste. Stimmt. Ja, ja. Alles gut. Okay. Das sind die hier. Warte kurz. Hm, warte. Ja, ne. Die hab ich nicht. Ja, stimmt. Oh, die hätten auch gut gepasst. Was? Ja, scheiße, alter. Das ist echt anstrengend. Welchen nehmen wir denn? Ne. 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 die roten Köpfe nehmen. Server Gate. Server Gate? Perl Zers prac- Ja, die passen! Gefällt mir einfach nichts ein! Das war oranisch... Ja. So, was wollen wir für Spuren nehmen? Hmm. Hypernova bei Blau? Hypernova? hab ich doch nicht. Das hast du doch von mir, du Pimmelberger! Echt? Ne. Okay, stimmt. Boah, Mann, das ist ja so blöd. Tachyon hast du aber, ne? Ah, ne, ich hab hier die ja nackiert. Hast du Tachyon? Hab ich, glaub ich, auch nicht. Ne, hab ich auch nicht. Ne? Welche Nackierung hast du, äh, welche Spur hattest du? Ich hätte Proton, hatte ich, hab ich da... Oh, alter, Proton sieht mich echt krank aus. Hexface hast du nicht, ne? Hexface, doch, das muss ich haben. Der hab ich. Hexface für blau, oder so? Ja, gut auf jeden Fall. Und das könnte man auch vielleicht für rot nehmen. Ja, aber... Ja, auf jeden Fall, ja. Gut. Fertig. Dachaufsatz, äh, willst du einen Dachaufsatz, oder? Ja, willst du? Also, ich nehm nie einen Dachaufsatz, deswegen. Gibt ja auch nichts, was so richtig geil dazu passt, das ist was denn. Ja, ich hab ja auch kaum was, was, äh, äh, was du hast. Ja, das ist aber das Problem. Ich hab hauptsächlich diese, ähm, diese stinknormalen... Ach, ne, Engelsflüge, die hat auch jeder, das ist auch... Ja, nehmen wir keine. Naja, Motorsound, nehm ich den Dominus ganz normal. Boah, auch keine Antenne, oder wie? Ne, hab ich ja unten, haben ja auch keine guten zusammen. Dann nehm ich Spukzeit, das, äh, sieht ja eh keiner... Obwohl, ne, Lichtgeschwindigkeit, das sieht ja... Hast du das überhaupt? Ja. Lichtgeschwindigkeit hab ich bei Blau. Ja. Und heiße Steine hab ich bei Rot. Ja, das hab ich nicht, aber ich nehm dafür, äh, Spukzeit. Das sieht auch gut aus. So, ein Spielchen schaffen wir danach nochmal, ne Junge. Ach so. Na, ich musste ja früher wach machen, weil die halt dann gleich zum Jux wollen. Der Dominus-Sound. Ich hab doch den Charger genommen. Charger? Den neuen Charger hab ich, weil ich mag diesen brachialen Sound einfach. Ja. Yeah, geil. Ja, dann wird die Folge wieder lange dauern, aber egal. Dann mach mal. Alter, bei Fußball-Capture haben die, wie heißt das, machen die jetzt dieses Update. Ich hab doch das Problem, dass ich nicht weitermachen kann bei Turnier, weißt du? Dass ich nicht sehen kann, welche Spieltage ist, weißt du? Das wollen sie jetzt endlich ändern. Mit ein Update. Ich hab doch erzählt, dass ich nicht gucken kann bei Turnieren. Ich kann nur den ersten Spieltag, zweiten und dritten sehen. Wenn ich diese Seite weiter will, kann ich den nicht angucken. Weil dann doch, ey, zum Startbildschirm zurückkommt. Hab ich doch diesen Bug. Ja. Und der wird, der wird, ich weiß, haben nur einige. Aber der wird jetzt gefixt. Boah, sieht die Lackierung krank aus. Ja. Ach du Scheiße. Das ist so ungewohnt ohne Dachaufsatz und Antenne. Das sieht so unglaublich flach aus. Ja, ist auch flach, aber. Aber Antennen und sowas, das ist für Muschis, weißt du? Boah, da hat sich niemand eingefroren. Alter Schwede. Heilige Kacke. Boah, hast du gut gemacht. Alter Schwede. Dass der jemand noch einfrieren konnte so schnell, das war Reaktion, alter. Das sieht geil aus wie wir dabei sind. Ja. Ich muss mich voll daran gewöhnen, keine so Dings zu haben. Boah. Was? Dachaufsatz und Nintendo und so weiter. Das ist so ungewohnt. Alter Schwede. Als wenn das schlimm wäre, alter. Die Dachaufsätze sind so sinnbefreit. Es sei denn, man hat richtig cool gehört. Das irritiert mich aber voll. Was? Was? Haben wir den beide getauscht oder das? Kann sein. Oh, Vorlage. Leider bin ich auch genau hinter dir gewesen. Ich hab Stacheln. Nein! Ja! Schön. Pädrobrand. Alter. Ich hab gerade gelesen. Pädrobär. Oh Mann. Alter, ist das eine kranke Lackierung. Ja, endlich mal was Schönes. Das Ehrliche. Das ist meine erste Lackierung dieser Art gewesen. Boah, nach sehr langer Zeit mal wieder was echt geiles. Yume no Akuma. Oh, Alter. Oh, schade. Da wurde ich aber ganz beschissen getauscht. Vor allem ohne Vorwarnung. Ich war einfach weg. Ohne diese... Weg war ich. Däh? Däh? Yume no Akuma. Akuma heißt auf jeden Fall... ...Pädision? Oh! Alter! Wir spielen mit denen dann genau auf die Fresse. Weg! Ach ja, da ist ein Pämpel dran. Ja, geil. Oh, Alter. Komm her! Komm her! Alter! Ah! Yume hat mich geschlagen! Oh Gott! Oh! Alter! Nein! Oh! Falsch gedreht. Oh! Oh! Ich glaube da hat jemand das neue Auto. Achso. Wichtig. Ich würde das nicht so berauschen. Danke. Ach ne. Das ist der Zentrum. Oh! Oh! Dieser scheiß Stumpf! Oh! Yume no Akuma! Oh! Respekt! Das ist das erste Mal, dass ich das sehe. Was? Guck mal. Die Drachen aus. Ja! Boah! Wahnsinn, man. Sie sind zu viel. Alter, ich hab... Alter, die sehen aber geil aus. Ja. Gut, das eben war jetzt, äh... Ne, dass man die nicht gesehen hat. Das ist mal kacke, aber... Alter! Die will ich haben. Boah! Haha! Diesmal hat's geklappt. Ey! Wollten wir also sagen. Nein! Wer hat denn den Turbo gegeben? Ich nicht. Ich auch nicht. Ja, da war's MC-Horensohn. Ja, der Juni soll nochmal ein Tor schießen. Hahaha! Boah! Uuuhuuhuuhu! Na, wer... Oh, schade! Boah! Was war denn das, Alter? Was war denn das, Alter? Das war nicht mal ein Tor-Schuss-Versuch? Hä? ich glaube vielleicht von mir oder das hat das hat er gut gemacht oh geplatzt wie fies vor freude geplatzt ja ich hab ein tor jume mann weiter weg mit dir scheiß bei niemand will dich toll alle magneten gehen genau dann aus wenn wir wieder am ball sind danke schade so honig stachel krall dir ja weiter da wenigstens eine parade gekleckte ach schade achtung das biest achten fehler scheiße scheiße schön hihihi du bist einfach siebenhundertmal versuchst alter nichts passiert kein to pappakom In die Mitte, in die Mitte. Oh, das war zu krass. Oh, Alter. Alter. Oh, nein. Ach, nee, doch nicht cool. Oh, Alter. Das war gut. Das war gut. Uah, das war schlecht. Ja, mein Wirbelsturm war wieder. Alter. Man muss nur wissen, wie. Und zack. Oh, Aua. Aua. Das Geld hat mich zerstört. Komm her, Papa ist schon da rein. Jumme. Du bist nicht schneller als ich. Oh. Ach so, wir haben uns aufgeholt. Ja, geil. Alter. Ich hab' den gar nicht mitgekriegt. Ich versuch was. Oh. Ja, ja. Geil. Hähnchen. Das war gut. Viel Zeit gehabt. Viel Zeit hatte ich, da was aufzudenken irgendwie. Glück, dass ich ihn zweimal gekriegt hab. Dadurch ist er rübergekommen. Ja, der zweite war echt super. Ah, nice. Sieht echt geil aus. Auf jeden Fall die Karre. Ah, ja. Auf jeden Fall. Na gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hau rein, ihr Lappen. Hau rein, ihr Lappen.